Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Conan Exiles Herausforderungen. Ja, ihr habt es jetzt gerade oben rechts schon gesehen, dass die Herausforderung leider hier schon angenommen worden ist. Und zwar, ich sage es euch nochmal eben kurz, es ist die seltene Herausforderung, den Teich der Grauen Riesen besuchen. Wir befinden uns aktuell in J5 und ich hatte eigentlich gehofft, dass das hier unten erst triggert. Deswegen bin ich jetzt gerade hier hingekommen, aber hier wird das Ganze auch schon aktiviert. Das heißt, wir stehen jetzt hier an diesem grünen Banner quasi an der Treppe und bis dahin müsst ihr dann soweit hochlaufen, um das Ganze zu aktivieren. Ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne die weiteren Videos an zum Conan Exiles Battle Pass. Bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!